Hallo, herzlich willkommen bei Lidl. Heute gibt es ein richtig leckeres, einfaches Rezept für euch, nämlich einen Apfelkuchen mit Himbeeren, den ihr super leicht zubereiten könnt und der einfach immer lecker und saftig schmeckt. Ich zeige euch mal kurz die Zutaten. Dafür verwende ich drei Eier, 150 Gramm Zucker, eine Prise Salz, etwas Vanilleextrakt, 200 Gramm Sahne, 200 Gramm Mehl, da könnt ihr Dinkel oder Weizen verwenden, 100 Gramm gemahlene Mandeln, einen Teelöffel Zimt, eineinhalb Teelöffel Backpulver, ein Apfel, etwas Zitronensaft, 100 Gramm gefrorene Beeren, ich habe jetzt hier Himbeeren und 20 Gramm gehobelte Mandeln. Ich nehme jetzt zuerst die Eier, die werden mit Zucker, Salz und Vanilleextrakt schön cremig verrührt und kann dann in der Zwischenzeit den Apfel schon mal fein würfeln. Perfekt. Zu den Äpfeln habe ich auch direkt noch Zitronensaft gegeben, damit sie nicht braun werden. Jetzt kann ich hier zur Eier-Zucker-Masse die Sahne geben, kurz einrühren und dann praktisch alle trockenen Zutaten verrühren und hier dazugeben und nur kurz verrühren. Hier habe ich jetzt meine Backform und zwar einen Tortenring mit 25 Zentimetern Durchmesser und da kommt jetzt der Teig rein. Jetzt kann ich hier einfach noch die Äpfel drüber verteilen, die Himbeeren, die sind noch gefroren und die Mandeln und der Kuchen kann dann schon direkt im Ofen gebacken werden. Der Kuchen ist gebacken und ich habe ihn jetzt nach dem Backen und Abkühlen noch mit Puderzucker bestreut. Ich schneide ihn mal kurz für euch an. Der sieht richtig gut aus und vor allem riecht er gut und schmeckt bestimmt genauso gut und saftig. Das sieht man und hört man tatsächlich an Kuchen. Guckt mal. Sehr saftig. Ich würde sagen, ich lasse mir jetzt noch einen Kaffee oder vielleicht auch heute einen Tee raus. Genießt mein Stückchen Kuchen. Ihr könnt das Rezept gerne nachbacken. Probiert es aus. Ihr könnt Äpfel nehmen, ihr könnt Himbeeren aus dem Tee kann nehmen, gemischte Früchte. Alles, was ihr möchtet, alles, was euch gut schmeckt. Das Rezept findet ihr auf Lidl-Kochen.de. Viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Lidl lohnt sich.